Mein komplettes Umfeld ist von der Diagnose informiert, nicht nur die Familie und Bekanntenkreis, sondern auch im Beruf mein Arbeitgeber und die Mitarbeiter und Kollegen. Da bin ich offen mit umgegangen, hatte ich mich auch nach einiger Zeit durchgerungen, war kein einfacher Weg, aber im Nachgang war es der richtige Weg.